Herr Fütz, was machst du denn näher? Das frag ich mich endlich auch. Ja, warum sind Sie dann näher? Ich hab Frau Zügig. Nun ja, da du ja Frau Zügig als 13. Mathelehrerin von dieser Schule geworfen hast, mussten wir wohl strengere Geschütze aufsetzen. Viel Spaß mit deiner neuen Mathelehrerin, sie müsste gleich da sein. Jo, alles klar Herr Fütz. Guten Tschüss. Hi, Tauke. Einen guten Morgen, liebe Klaasar. Was machst du denn hier? Was machen Sie denn hier? Na, also, hier ist dein Buch. Michael Mokak, da bearbeitest du Seite 465. Was machen Sie denn hier? Oder, K. Ok. Ich bin hier. Aber Frau... Äh... Zervolation. Zervolation. Hier kann ich nicht alles zinken. Hier Zervolation. Das ist doch der Quack. Zervolation? Aber das soll ich ja bearbeiten. Da steht vierter Band. Das ist halt reich. Nr. 1 Ja näher, guck doch. Boah. Da hab ich so ein stolze Buch mitgebracht. Boah. Schade. Ja. Dann machen wir hartnütliche Aufgabe. Nee, Frau... Ich will das nicht. Nee, Frau Lation. 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 Nee. Doch. 1.098.248 minus 1.890.248 Wie viel ist das? Na, 1.890.248 Millionen. Was? Wie kommst du denn da auf? Ist egal, warte los, ich bin hier doch mal weg. Los, los, mach mich was, mach mich. Los, mit dem Gott mal los. Soll er in der Anstalt. Okay, versuchen wir was einfacheres. 1 plus 1. 1 plus 1. 2. Ich bin guter, weiter los. 2. Stop that quack. Gut, 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 gut. Und 1 minus 1. 1, ich bin gut. Komm, geh, 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 geh weiter, geh, 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 geh. 1,1, durch 1, wird noch 1, bis 5, wird 9, sind 50. Genau. So, und hier sind jetzt ein paar Aufgaben, die du jetzt lösen kannst. Ok. 1 plus 1. Da sind 2 aufgetragen, eben gewusst. 2 plus 1 sind 3 aufgetragen. 3 plus 3 ist das. 4 plus 4 sind 18 aufgetragen. 5 bis 5 sind 10 aufgetragen. 1 minus 1 sind 1. 2 minus 1 sind 1. 3 minus 1 sind 1. 4 minus 1 sind 1. 4 minus 1 sind 1. 5 minus 1 sind... Hmm. 3. Und was ist das da? Du, Thomas, Dussel, Dussel, 0 von 10 Punkten gedusselt. Das ist echt nicht von mir. Wie ist das? Da steht doch Ihre Unterschrift drauf. Ich geh damit zum Direktor. Na hoffentlich wird er nicht noch ganz. Wir können in diesem Irrenhaus überleben. Ich geh... Das war ich ja noch drüber. Äh, viel... Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, Ananaskopf... ...hat Mathe Teil 2. Ich bin nass geschwitzt hier. Äh, ihr habt's wahrscheinlich gemerkt. Ananaskopf. Die zweite Staffel. Es geht los. Starrelation ist wieder da. Ähm... Herr Fritz. Und, äh... Wenn ihr irgendwelche anderen... Ideen habt zu weiteren Videos. Ananaskopf. Starrelation. Blablabla. Drei Person. Oder Nadine Dupain. Oder Günther. Dann schreibt's mir doch in die Kommentare. Ihr könnt auch natürlich gerne wieder ein Like da lassen. Und ein Dislike. Oder ein, äh... Abo. Und die Glocke natürlich nicht vergessen. Ja. Und, ähm... Nicht vergessen. Du, dummer. Dussel. Dusselst. Null von 10 Punkten. Gedusselt. alk Entschschriften. Er olmuş. Yesen.